Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, besondere Zeiten verlangen besondere Konzepte und da unser heutiger Podiumsdiskussionsgast nicht live bei uns dabei sein kann, schalten wir gerne live aus Amsterdam dazu. Begrüßen Sie mit mir Hasif Amanullah. Hey, super, dass das funktioniert hat. Hallo. So, wir sehen. Einiges ist möglich. Die Technik lässt es heute zu, dass wir persönlich überall auf der Welt sein können, ohne persönlich wirklich da sein zu müssen. Nutzen Sie die Technik, nützen Sie die Möglichkeiten und gehen Sie mit uns gemeinsam den Weg, um Ihre Kunden und Partner zu begeistern. Vielen Dank.